Musik Ein weiterer und dabei verheerender Gesichtspunkt der globalen Verschwörung ist ihre Manipulation von Kalendern, Uhren und unserer Wahrnehmung der Zeit. Wir sind durch künstliche, vom Menschen gemachte Mechanismen und Systeme der Zeitmessung versklavt. Wir sind nicht nur Lohnsklaven der Bankiers, Regierungen, Chefs und Landbesitzer, sondern auch Zeitsklaven unserer Uhren und Kalender. Wir sind Sklaven unserer geregelten Schul- und Arbeitstage. Wir sind Sklaven von fünftägigen Schul- und Arbeitswochen. Wir sind geistige Sklaven der Greenwich-Zeit, des gregorianischen Kalenders und einer Sieben-Tage-Woche. Nun ein Zitat aus der Einführung zum Konzeptalbum Chronoclast der kanadischen Band Buried Inside. Zeit ist das hauptsächliche Sozialisierungsmittel und die Uhr ist das entscheidende Werkzeug des Industriekapitalismus. Den Imperialismus von Raum und Material kann man überall beobachten, der Imperialismus der Zeit ist jedoch ein verborgenes Ungeheuer. Was uns unmittelbar betrifft, ist, wie Zeit wahrgenommen, kontrolliert, ausgebeutet, manipuliert, institutionalisiert und verinnerlicht wird. Wenn wir die Zeit nicht verstehen, dann werden wir ihr Opfer. Eine Sache ist deutlich, Zeitpolitik ist Machtpolitik. Jede Sonnenuhr, Wassermühle, Kalender, jeder Wochenzyklus, jede Sozialpolitik und jedes zeitliche Denkmal dient einem bestimmten Interesse und einer bestimmten Ideologie. Selbstverständlich ist das Kennzeichen von diesen stets technologische Macht und chauvinistische Kontrolle gewesen. Im Dienst der Genauigkeit ist die Atomsekunde nun mit einer Dauer von 9.192.631.770 Teilchenschwingungen in einem Cesiumatom festgelegt. Zitat Ende Orientierst du dich an Sonne und Mond, um mit der Zeit mitzuhalten, anstatt an Uhren, so ändern sich viele Dinge. Wenn Geschäfte beim Sonnenaufgang öffnen und beim Sonnenuntergang schließen, können die Chefs keine Stechkarten durchsetzen. Wenn du deinen Freunden mitteilst, dass sie dich beim Fluss treffen sollen, wenn die Sonne die Baumgrenze erreicht, so wartest du auf natürliche Weise auf sie, während du dir einen schönen Sonnenuntergang anschaust. Teilst du deinen Freunden mit, dass du sie um 19.30 Uhr beim Einkaufszentrum treffen willst, dann musst du dir ständig eine Reihe von immer frustrierenden Zahlen an der Wand oder deinem Handgelenk anschauen. Samuel L. Macy schrieb in Die Dynamik des Fortschritts, Zeit, Arbeitsweise und Maß, Dass Menschen als aufgezogen, nicht mehr zeitgemäß, verrostet oder präzise wie ein Uhrwerk charakterisiert werden, ist im Wesentlichen eine Hinterlassenschaft der Denkweise des 17. Jahrhunderts. Es deutet nicht nur an, dass ihre Arbeit genau gemessen werden kann, sondern auch, dass ihre Bewegungen studiert werden können. Gibt man ihnen geeignete Anreize, so werden sie sich an vorbestimmte und passende mechanische Schablonen halten. Indem sie mit bedeutungslosen Kalendern wie dem Gregorianischen oder Julianischen, mit Armbanduhren, geregelten Arbeitszeiten und fünf Werktagen in der Woche indoktriniert werden, folgen die Leute sehr wahrscheinlich vorbestimmten mathematisch berechenbaren Schablonen und Neigungen. Wir genehmigen uns gern ein Bierchen nach der Arbeit, wir schauen am Wochenende gerne einen Film, trinken morgens gerne Kaffee, kaufen am Valentinstag Blumen und so weiter. Unsere Absichten und Neigungen können von den herrschenden Eliten berechnet und ausgenutzt werden. Diejenigen, die außerhalb der Beschränkung der Zeit- und Lohnsklaverei leben, haben alle Zeit und Geld, die sie benötigen, um Studien zu machen und Psychologen, Lobbyisten und Werbestrategen zu beschäftigen, um ihre Profite zu sichern. Zeit ist Geld, sagen diese Herrschenden. Jeremy Rifkin schrieb im Zeitkrieg, Zitat, José Agüeles schrieb in »Die Zeit aufhalten«, Zitat, Da kommen wir zurück zum Thema »Zeit ist Geld«. Kein Wunder, dass sich dieses Schlagwort in unser Bewusstsein und unsere Kultur eingeprägt hat. Und dies scheint der Hauptzweck der Verwendung unseres Kalenders zu sein, um den Überblick über unsere Finanzen zu behalten, die Rechnungen zu bezahlen und Termine festzulegen. Wir denken vielleicht nicht auf diese Weise darüber nach, aber unser Kalender richtet uns darauf ab, es so zu tun. Sind alle Kalender wie dieser nicht mehr als eine willkürliche Schablone, um sich um die Geschäfte zu kümmern? Was ist mit Sonne, Mond und den Sternen? Lasst uns eins mal festhalten. Ein Kalender ist ein Kontrollmittel. Er kontrolliert die Kultur, die Menschen und die Gesellschaft, welche ihn benutzt. Er erzeugt eine Rückkopplungsschleife zwischen dem Bewusstsein des Anwenders und der Schablone des Kalenders. Das Wesen des Kalenders bestimmt das Wesen der Gesellschaft. Zitat Ende Und nochmal ein Zitat von »Chronoclast« von »Buried in Sight«, oder »Die Zeit als Handelsware«. Bei der Geburt finanziell abgedeckt und gezüchtet wie Vieh. Für die mächtigen Börsenmakler des Turbokapitalismus sind unsere Leben eine Viehauktion. Bahn frei für die Erfahrungswirtschaft, Bahn frei für die Zugriffswirtschaft, Bahn frei für die neue Zeitwährung. Karl Marx schrieb in »Das Kapital«, Zitat »An einer Maschine zu arbeiten, sollte dem Arbeiter von Kindheit an beigebracht werden, damit er lernt, seine eigenen Bewegungen den einheitlichen und unaufhörlichen Bewegungen eines Automaten anzupassen«, Zitat Ende. Dieses Konzept wurde auf vielerlei Art von unseren Regierungen und wirtschaftlichen Einrichtungen umgesetzt. Schüler passen sich der geregelten Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr, dem Achtstundentag der Fünf-Tage-Woche, an. Wir nehmen diese Begebenheit als selbstverständlich hin, oder reden sie uns als nützlich für die Anpassung von Arbeits- und Schulplätzen zur Kinderbetreuung schön. In Wirklichkeit jedoch wird uns dieser psychologische Mechanismus der sklavenhaften Unterwerfung unter einem geregelten Terminplan der Arbeitgeber eingeflößt. Und auch die fabrikähnliche Stuhl- und Tischanordnung des Klassenzimmers und der Lehrer, der genormte Anweisungen an die Schüler ausgibt, sind ein Ergebnis des Industriezeitalters. Wenn wir ohne diese langfristige Abrichtung von jungen Jahren an so bereitwillig unsere Leben für einen Mindestlohn verkaufen. Wir machen gerade den Übergang zur Erfahrungswirtschaft, wie Wirtschaftswissenschaftler sie nennen, eine Welt, in der das Leben jedes Menschen faktisch ein Handelsmarkt wird. In der Welt der Wirtschaft ist der neue Fachbegriff der lebenslangen Nutzen des Kunden die theoretische Messung, wie viel ein Mensch wert ist, wenn jeder Moment seines oder ihres Lebens in irgendeiner Weise zu einer Ware der Geschäftswelt würde. Zeit wurde von uns in vielerlei Weise aufgegliedert, manches ergibt Sinn und anderes scheint sinnlos zu sein. Viele Beschreibungen der Zeit haben astronomische Bedeutung, was vernünftig erscheint. Das Zusammenspiel von Erde und Sonne beschert uns einen jährlichen Zyklus, die Lunation, also die Phasen des Mondes, bescheren uns einen monatlichen Zyklus, das ständige Auf- und Untergehen von Sonne und Mond, bescheren uns einen täglichen Zyklus und die Wirkung des Mondes auf Gezeiten beschert uns einen natürlichen Zyklus, wenn die Gezeiten kommen und gehen. Alle anderen Beschreibungen der Zeit sind jedoch willkürlich und von Menschen gemacht. Die schnell tickende Sekunde gibt es in der Natur nirgends, außer wenn die Leute behaupten, dass sie den menschlichen Herzschlag darstelle. Dies ist aber ebenfalls willkürlich, da der menschliche Herzschlag ständig seinen Schritt ändert. Die Minute ist nach Min benannt, lateinisch verminderte Stunde, und man findet sie ebenso nicht in der Natur. Die Stunde, lateinisch Hora, ist nach Horus, dem ägyptischen Jesus, benannt, der die Tage und Nächte in zwölf gleiche Teile schneidet. Die Stunde ist ein altertümlicher Mythos und kein Zyklus, der in der Natur vorhanden ist. Der schlimmste und am stärksten geistig Versklavende der erfundenen Zyklen ist jedoch zweifellos die Woche. Wegen dieses aberwitzigen, unnatürlichen Zyklus sind, ganz gleich wie ihr Leben die vergangenen sieben Tage war, die folgenden sieben Tage fast dieselben. Jedes siebte Mal beim Sonnenauf- und Untergang drückt fast die ganze Menschheit die Wiederholungstaste in ihrem Leben und machen in demselben Schema weiter wie bei einem Sprung in der Schaltplatte ihres ganzen Lebens. Das Schlimmste daran ist, dass wir so mit diesem Wochensystem programmiert wurden, dass selbst der kleinste Aspekt der modernen Gesellschaft von Schulen, Gehaltszahlungen zu Fernsehprogrammen unabänderlich damit verknüpft ist. Nun ein Zitat von José Agüeles aus Die Zeit aufhalten. Montage, wie ich diese verdammten Montage hasse. So fängt das alte Lied von Feds Domino an. Warum? Nun, weil es der erste Tag einer fünftägigen Arbeitswoche ist. Feds Domino muss darüber Bescheid gewusst haben, dass die Zeit uns umbringt, sonst wäre es in seinem Stück nicht der verdammte Montag gewesen. Montag bis Freitag ist für die meisten beschäftigten Menschen, sowie für Schulen und öffentliche und staatliche Einrichtungen die Arbeitswoche. Dann folgt Samstag und Sonntag das Wochenende. Die Arbeitswoche wird durch die Uhr bestimmt, also die geregelte Arbeitszeit. Daher sollte Samstag und Sonntag für die Seele da sein. Aber ist es wirklich so? Naja, ein bisschen. Es gibt die Sonntagsmesse, eine Stunde oder so für die Seele. Oder Samstags die Synagoge. Aber was hat es mit diesen Wochenenden wirklich auf sich? Es geht darum, noch mehr Zeit tot zu schlagen. Sport und Unterhaltung, Football, Basketball und Baseball bis zum Abwinken. Wenn du außerhalb der USA lebst, dann Fußball. Volles Programm. Gäbe es kein Fernsehen, dann wäre es nicht so verbreitet. Aber alles greift ineinander über. Fernsehen, das Wochenende und Sportunterhaltung. Alles ein Teil derselben Sache. Ich weiß, vielleicht schaust du sowas nicht. Vielleicht machst du ja was anderes. Du gehst Skilaufen oder surfst. Gehst vielleicht ins Kino oder in die Disco. Oder vielleicht zum Glücksspiel ins Casino. Oder schaust dir eine Tier-Sendung an. Oder machst einen Heimwerker-Kurs mit. Es spielt keine Rolle, denn es wird wieder Montag werden und das Ganze geht von vorne los. Es geht darum, dass dein Leben, deine ganze Lebenszeit auf dieses wöchentliche Schema verringert wird. Und dies bringt dich um. Du steckst deine Seele in eine Sieben-Tage-Zwangsjacke. Wenn die Seele erstickt wird, bekommst du immer mehr Langeweile und brauchst mehr Ablenkungen. Siehst du nun, was gespielt wird? Du bist kaum am Leben. Denn es ist in Wirklichkeit deine Seele, die lebt. Und wenn du deiner Seele nicht die benötigte Zeit schenkst, dann bringt die Zeit dich um. Das bedeutet, dass die Zeit des Kalenders und der Uhr tief in deinem Bewusstsein verankert ist. Aber du wirst dir nun darüber bewusst. Das ist der erste große Schritt. Du kannst nun sagen, ich gebe zu, dass ich der Zeit gegenüber machtlos war und ich habe alles in meinem Leben widerstandslos hingenommen. Ein oft auf Uhren anzutreffendes antikes Symbol der Geheimgesellschaften ist der Anker. Die Gestalt eines typischen Schiffsankers setzt sich an und führt sich aus zwei zusammengefügten ägyptischen Hieroglyphen zusammen. Der obere Teil des Ankers ist wie ein Kreuz mit einem Kreis darüber geformt. Das ist das ägyptische Ankh-Symbol, daher der Name Anker. Der untere Teil ist wie eine ägyptische Sonnenbarke geformt, welche die Seelen der Verstorbenen durch die Unterwelt befördern. Nochmal aus Buried Inside Chronoclast zitierend. Der Kalender ist eine herrschaftliche Erzählung. Die Sieben-Tage-Woche ist ein herrschaftlicher Zwang. Die Jahresurlaube sind herrschaftliche Zeichen. Mechanische Zeitmessgeräte sind herrschaftliche Einrichtungen. Der Werktag des Kaufmanns ist eine herrschaftliche Gabe. Die mittlere Greenwich-Zeit ist eine herrschaftliche Maßnahme. Das Wort Kalender stammt von dem römisch-lateinischen Calends, welches die Bezeichnung für Kontobuch war, welches die zu zahlenden und monatlichen Schulden und Rechnungen aufzeichnet. Der erste Tag des Monats des damaligen christlichen julianischen Kalenders wurde Calends genannt und das war der Zeitpunkt, an welchem du deine Schulden und Rechnungen zu begleichen hattest. Ein rascher Blick auf den Kalender wird selbst dem recht sorglosen Betrachter einige Merkwürdigkeiten aufzeigen. September stammt von 7, es ist jedoch der 9. Monat, Oktober stammt von 8, es ist jedoch der 10. Monat und so weiter. März stammt von Mars, dem römischen Kriegsgott, und Juli und August sind nach den römischen Kaisern Julius und Augustus Cäsar benannt. Der Kalender, den wir zur Zeit verwenden, ist der gregorianische nach Papst Gregor XIII. Nochmal José Agüeles. Bevor er als der gregorianische Kalender bekannt war, wurde er der julianische genannt, nach Julius. Es scheint so, dass die Römer einen fehlerhaften Kalender von nur 10 Monaten hatten und Julius, der beabsichtigte, einen dauerhaften Wandel von der Republik zum Kaiserreich zu machen, mit sich selbst als Kaiser, entschied, den Kalender zu ändern. Um im Jahr 46 bis 45 vor der Zeitenwende die Änderung zu vollziehen, musste er ein 445-Tage-Jahr haben. Verständlicherweise wurde dies als das Jahr des Durcheinanders bekannt. Julius erlebte die Zeit nach den Eden des März des Jahres 45 vor der Zeitenwende nicht mehr, denn er wurde aufgrund seiner Kalenderveränderung ermordet. Das Reich hielt jedoch stand, der Nachfolger von Julius wurde Augustus Cäsar, der den Kalender weiter änderte. Er sah, dass Julius den Monatsnamen Quintilius zu Julius, Juli, änderte, also änderte Augustus den nächsten Monat Sextilius zu Augustus, August. Nicht nur das, Sextilius hatte 30 Tage, während Julius 31 Tage hatte. Augustus wollte seinen neu ernannten Monat, August, so lange wie Julius Monat machen. Also was tat er? Er nahm den 29. Tag vom Februar, der bereits der kürzeste Monat war, und fügte in seinem Monat hinzu. Dies ist der Grund, warum der August wieder Juli 31 Tage hat und der Februar nur 28 Tage. So fing es also mit dem Kalender an. Despotische Beweggründe, herrschaftliche Überheblichkeit und Verwirrung. Die Christen begannen um das Jahr 321 mit der Verwendung des julianischen Kalenders, als sie die 7-Tage-Woche hinzufügten. Die 7-Tage-Woche wurde dem hebräischen Mondkalender entliehen. Die Juden entliehen die 7-Tage-Woche den Babyloniern. Die 7-Tage-Woche entspricht nie vollkommen irgendeinem Monat, außer wenn der 1. Februar auf einen Sonntag fällt, dann gibt es einen Monat vier 7-Tage-Wochen. Alle Völker des Altertums verwendeten Kalender mit 13 Monden und 28 Tagen. Also 13 mal 28 gleich 364 plus ein Tag ist gleich 365 Tage, ein Sonnenjahr, und feierten am 25. Juli, wenn der Stern Sirius an seinem höchsten Punkt ist, einen zusätzlichen Tag als Tag außerhalb der Zeit. Druiden, Inkas, Mayas, Ägypter, Polynesier, Lakota und viele weitere Kulturen verwenden 28-Tage-Kalender. Nun ein Zitat von David Icke aus Das größte Geheimnis. Die ursprünglichen Völker der Welt, die immer noch nach der Mondzeit leben, sind weit mehr mit der Natur im Einklang, denn sie handeln mit demselben Strom von Zeit und Energie wie die Natur. Sie sind mit ihr im Gleichklang. 1572 verkündete jedoch Papst Gregor, dass ein neuer Kalender eingeführt werden müsse, der Gregorianische Kalender, welcher im Oktober 1582 offiziell wurde. Es war eine weitere Masche der Geheimgesellschaften und der Gregorianische Kalender wurde zur festen Standardzeit auf der Erde. Dies bedeutet, der menschliche Geist ist auf diesen künstlich geschaffenen Zeitstrom abgestimmt, wenn wir auf die Uhr schauen oder die zukünftigen Aktivitäten mit einem Tagebuch planen. Und wo ist der Mittelpunkt dieses Zeitsystems, der Ausgangspunkt, von welchem die Menschen der Welt ihre Zeitmesse abstimmen? Warum ist Greenwich kurz hinter der Themse nicht weit weg vom Finanzdistrikt der City of London, dem Kerngebiet der Geheimgesellschaften? Und was war die Eingebung für den Gregorianischen Kalender? Er ist eine Farce. Seine Zeit ist wie wenn man all seine Kleidungsstücke in einem Kleiderschrank wirft und sich gegen die Tür lehnt, damit die Tür sich schließt. Die Stücke mögen zwar gerade so in den Schrank passen, wenn man nur kräftig genug drückt, aber was für ein Durcheinander. Wir haben nun ein Zwölfmonatsjahr aus 60 Minuten Stunden, 24 Stunden Tagen und die Monate passen so schlecht, dass manche 30, die anderen 31, weitere 28 oder gar 29 Tage jedes vierte Jahr, also Schaltjahr, haben. Oh ja, das passt wie angegossen. Das war ironisch gemeint. Eine gescheite Messung der Zeit war also nicht der Beweggrund, sondern die Trennung des menschlichen Bewusstseins von der Mondzeit, denn der Gregorianische Kalender entfernte den 13. Mond. Es sollte 13 Monate mit Mondzyklen von 28 Tagen geben, stattdessen haben wir jedoch zwölf Monate und zwölf Mondzyklen. Die Geheimgesellschaften orientieren sich jedoch mit ihren Kalendern, nicht so wie wir untertan, immer noch an der Mondzeit, ein weiterer Grund für ihre Besessenheit mit der Zahl 13 in ihrer Numerologie. Bei der sich immer wiederholenden gregorianischen Schaltplatte ist der 1. Januar ein Teil des Programms. Was spielt sich am 1. Januar ab? Nun, hier in den USA viele Football-Spiele von Colleges. Dann irgendwann Ende Januar, man weiß nie genau wann, der Super Bowl. Der Februar programmiert uns mit dem Valentinstag und dem Tag des US-Präsidenten. Im Juli ist der vierte Nationalfeiertag. Oktober ist Halloween. Im Dezember ist Weihnachten und Neujahr das Programm. Und so weiter. Und der 11. September, 9-11, ist jetzt auch Teil des Programms. Dies sind bloß einige der offensichtlichen Beispiele, was die Schaltplatte in einer Umdrehung einem Jahr für uns Untertanen abspielt. Jedes Mal, wenn einer dieser Termine näher rückt, reagieren ganze Teile der Bevölkerung in vorherbestimmter Weise. Es gibt noch viel mehr Programme, welche der Kalender abspielt. Der Anfang und das Ende von Kriegen, der Veteranentag, der Gedenktag für die Gefallenen, Memorial Day, Tag der Streiche am 1. April, der Tag der Steuererklärung, der Tag der Arbeit am 1. Mai. Die Erinnerungen an all diese Ereignisse sind an das Datum verknüpft, in welchem sie geschehen. Dann hat jeder auch persönliche Daten, die persönliche Gefühle und Erinnerungen auslösen, wie dein Geburtstag oder der Tag, an dem ein Familienmitglied starb oder dein Hochzeitstag. Der gregorianische Kalender ist willkürlich und unregelmäßig. Indem du ihn verwendest, wirst du kaum je an natürliche Begebenheiten denken. Der 1. Januar entspricht überhaupt nicht der Sonnenwende oder Tag- und Nachtgleiche oder irgendetwas Natürlichem. Mit einem Programm wie diesem denkst du wahrscheinlich nicht an Jahreszeiten oder Mondphasen, wenn du diesen Kalender verwendest. Es ist fast so, als ob dieser Kalender dazu bestimmt ist, dich von der Natur fernzuhalten. Ein ungleiches oder unregelmäßiges Maß bei der Zeit ist leicht zu übersehen, weil wir die Zeit nicht anfassen oder sehen können. Aber würden wir solch eine ungleichmäßige Norm auch bei einem Maßband oder Lineal übersehen? Und wenn wir uns daran machen würden, zu versuchen, Sachen mit einem ungleichmäßigen Lineal zu bauen oder herzustellen, würden sie dann nicht krumm und schief werden? Vielleicht würden wir nach einer Weile sagen, ach, das ist schon in Ordnung, wir haben unsere Norm gesenkt, um sie diesen schiefen Gebäuden anzupassen. Man gewöhnt sich dran, wir haben es schon immer so gemacht. Aber würdest du dich wirklich mit minderwertigen Maßen von räumlichen Objekten und Formen abfinden? Und doch nehmen wir minderwertige und ungleichmäßige Maße bei der Zeit hin. Zu denken, es spiele keine Rolle, mag schon eine Wirkung des so lange hingenommenen ungleichmäßigen Maß sein. Wenn der Raum unsere Sinne beeinflusst, so beeinflusst die Zeit unser Bewusstsein. Daher sind die Auswirkungen einer unregelmäßigen Zeit auf die Sinne zwar weit raffinierter, jedoch weit schlimmer als die Auswirkungen eines unregelmäßigen Raumes. Wir könnten alle ein unregelmäßiges Bewusstsein entwickeln, ohne es zu merken. Würde ein solches Bewusstsein die Welt nicht auf eine schiefe Weise sehen und sich selbst Schwierigkeiten machen, ohne es zu wissen? Nicht nur das, wir würden obendrein noch annehmen, dass unsere Schwierigkeiten von außen her kommen. Wir würden stets nach Problemen außerhalb von uns schauen. Zitat Ende. Wie wäre es mit dem Schwindel des Abwurfs von angeblichen Atombomben 1945? Hat er nicht alles verändert? Hat er ganz gewiss. Oder was ist mit 9-11 im Jahr 2001? Lasst uns also in 28 Jahreszyklen seit 1945 rechnen. Und schauen wir, was passiert. Die ersten 28 Jahre? 1973. Hier haben wir etwas. Am 4. April 1973 wurden die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York eingeweiht. 28 Jahre später? 2001. 9-11. Es gibt keine Zwillingstürme mehr. Zwillingsereignisse wie Hiroshima und Nagasaki? Zwei 28 Jahre Zyklen vorher. Was ist mit 28 Jahren vor 1945? 1917. Die USA tritt in den Ersten Weltkrieg ein. Und 1945? Die USA beendet den Zweiten Weltkrieg. Fangen wir Amerikaner nach 9-11 den Dritten Weltkrieg an? 28 Jahre vor 1917. 1889. Hm. Der Eiffelturm in Paris wurde errichtet. Seinerzeit das höchste Gebäude der Welt. Und drei 28-Jahre-Zyklen vor den Zwillingstürmen. Siehst du, wie der Kalender sein Programm wiederholt? Willst du wirklich 28 weitere Jahre dieses Programms? Das weibliche Wesen wird seit Langem zu einem großen Teil wegen des 28-tägigen Menstruationszyklus der Frau mit dem Mond in Verbindung gebracht. Die Maßeinheit des Mondes von Neumond zu Neumond, seine synodische Periode, heißt Lunation und dauert 295,5 Tage. Die siderische Periode des Mondes, welche den Mond von der Stelle misst, an welcher er im Himmel wieder erscheint, dauert nur 27,1 Tage. Also sind die 28 Tage in dem biologischen Zyklus der Frau bereits verschlüsselt, der gewöhnliche Mondzyklus. Dies ist auch kein Zufall, wie durch den patentierten Vorgang der leuchtenden Ovulationszyklusanpassung nachgewiesen wurde, bei welchem schlafende Frauen von einer Reihe von Lichtern, die die Zyklen des Mondes widerspiegeln, beleuchtet wurden, Patent 6497718. Der Eisprung ist rund 14 Tage, der halbe Zyklus, vor der Menstruation. Also hatten in altertümlichen Zeiten die Frauen auf der ganzen Welt gewöhnlich ihre Menstruation auf den Neumond und den Eisprung auf den Vollmond ausgerichtet. Es hat sich gezeigt, dass während Vollmondphasen 20% mehr Menschen in Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen eingeliefert wurden. Könnte es sein, dass Menschen aufgrund von unnatürlichen Abweichungen bei den biologischen Zyklen der Frau sexuell frustriert sind? Heulen darum einsame Hunde während des Vollmonds und wünschen sich Gesellschaft? Altertümliche Kulturen pflegten oft monatliche Fruchtbarkeitszeremonien, zu Ehren des Mondes, der Weiblichkeit, abzuhalten. Heutzutage werden jedoch diejenigen, die die Mondzyklen verehren, Verrückte, Ungeheuer und Spinner genannt. Diejenigen, die die Zeit nach dem Sonnenkalender nehmen, finden Zuspruch. Die fremdartige Wortherkunft der Bezeichnung wie Lunatic für verrückt, Monster für Ungeheuer und Solace für Trost deuten auf die Erleuchteten und Herrschenden und ihre Verehrung der Sonne. Viele Mädchen fühlen sich, wenn sie zur Frau reifen, anfangs verlegen oder zumindest unangenehm. Erste Blutungen sind begleitet von Tampons, Einlagen neckenden Mitschülern und Warnungen oder abschreckenden Geschichten von älteren Frauen. Stammesangehörige in Afrika, First Nations in Amerika und weitere, in Anführungszeichen, primitive Völker ehren die ersten Perioden ihrer Frauen mit Pubertätszeremonien. Sie sind der Überzeugung, dass Frauen als spirituelle Wesen unglaubliche Kräfte besitzen und dass die Gabe des Lebens ein wichtiges Ereignis ist. Während der ersten Blutung wird jedes Mädchen vom Stamm isoliert und von weiblichen Verwandten und Freunden zu einer besonderen Mondhütte gebracht, in der sie über Sexualität und Kinderkriegen aufgeklärt wird. Ihr werden Kunst und handwerkliches Geschick beigebracht, Geschichten werden erzählt und Wissen weitergegeben. Nach der Zeit der Isolation vom Stamm wird ihre Rückkehr mit einem großen Fest zu ihren Ehren gefeiert. In der altertümlichen Welt war man der Überzeugung, dass Frauen während ihrer Menstruation über erstaunliche Heilkräfte und Kreativität verfügen, sodass man sie nicht mit alltäglichen Aufgaben belasten sollte. Die Menstruation war eine Zeit, in der Frauen meditierten und nach Spiritualität trachteten. Der antike Kalender der Mayas ist sogar noch etwas genauer als der heutzutage von uns verwendete gregorianische Kalender. Sie berechneten die Umlaufbahn des Mondes um die Erde unglaublich genau, 29,528395 Tage zu unserer derzeitigen 29,530588 Tage Messung. Sie konnten Sonnen- und Mondeklipsen genau vorhersagen und hatten eine erstaunliche Kenntnis von Astrologie und den Sternen. Der Archäologe Eric Thompson fragt, welche Laune hat die Gelehrten der Mayas dazu geführt, die Himmel zu kartografieren, jedoch dabei zu scheitern, das Prinzip des Rats zu begreifen, die Ewigkeit zu veranschaulichen, wie es kein halbzivilisiertes Volk vorher getan hat, jedoch den kleinen Schritt von Krakgewölbe oder falschen Bogen hin zu echten Bogen zu ignorieren, In der Größenordnung von Millionen zu zählen, jedoch nie zu lernen, einen Sack Treide zu wiegen, der Maya-Kalender, genannt Zolkin, misst Zyklen erweiterten Bewusstseins und vervollständigt die Ziele eines Menschen im Leben. Das Beurteilen der verstreichenden Tage auf diese Weise verändert die Einstellung zum Leben. Moderne Gesellschaften neigen dazu, die Zeit als eine tickende Zeitbombe zu sehen, bis sie sterben, ein Uhrwerk von genormten, ineinander übergreifenden Zahnrädern, bis sie älter werden, rosten, nutzlos werden und dann stehen bleiben. Die Mayas glaubten, so wie die Frühchristen, an Wiedergeburt, was mit ihrem Kalender übereinstimmt. Sie waren der Überzeugung, dass alles im Leben eine spirituelle Entwicklung und eine Ausweitung des Bewusstseins oder Zwecks war, sodass jeder Tag zusammenhängt. Während ich dies schreibe, ist beispielsweise heute der zweite Tag des neuen Jaguar-Monds der Absicht. Jeder Mond hat ein spirituelles Tier und einen Zweck. Der heutige Zolkin ist der 13. Himmelsgänger, der die Bedeutung und Aufgabe hat, erforsche den Raum, Wachsamkeit, den Anspruch, Himmel und Erde zu vereinen. Die Kraft von heute ist die Aktivierung, die heutige Handlung ist körperliche und geistige Nähe zu Menschen und das Wesentliche am heutigen Tag ist die Verehrung Gottes. Jeder Tag hat also eine Farbe, ein Chakra und auch ein Symbol. Nun, das mag seltsam oder wie irgendein Blödsinn der New-Age-Subkultur erscheinen, es ist jedoch die Methode der Zeitmessung, die in der ganzen altertümlichen Welt verwendet wurde. Das Wesen der Zeit mit der Entwicklung des Bewusstseins in Verbindung zu bringen, scheint mir eine sehr weitentwickelte Anschauung zu sein. Die Mayas wussten über die 25.920 Jahre äquinoctiale Präzession, in der die Erde für 2160 Jahre etwas hinter jedem Sternbild des Tierkreises hinterherhinkt. Sie haben sogar perfekt das Enddatum dieser Präzession als den 21. Dezember 2012 berechnet, wenn wir die galaktische Mitte passieren, auf die sie sich als dunklen Graben oder Riss beziehen. Jose Agueles schrieb, Die Christen segelten westwärts und entdeckten die neue Welt. An einem Ort namens Yucatan trafen sie auf andere Menschen, die Mayas. Diese Mayas hatten auch einen Kalender, ein heidnisches Verfahren, das genauer war als der julianische Kalender. Die Christen lernten vom Maya-Kalender, dass ihr Kalender um zehn Tage falsch war. Und was nun? Die Christen verbrannten 1562 alle Bücher der Mayas. Interessanterweise gab es zehn Jahre später, im Jahr 1572, einen neuen Papst, er nannte sich Gregor XIII., und erklärte, dass seine erste Handlung als Papst die Korrektur des julianischen Kalender sein werde. Zehn Jahre später, 1582, hatte Gregor XIII. sein Ziel erreicht. Wenn du am Abend des 5. Oktober 1582 zu Bett gegangen bist, war bei deinem Aufwachen der 16. Oktober und nicht der 6. Oktober. Papst Gregor XIII. hat zehn Tage hinzugefügt und der julianische Kalender war nun der gregorianische. Musik Musik Musik